Ja, hallo! Heute ist ja Freitag und heute kommt ein Spiel raus und zwar ein Spiel, wo es um Harry Potter geht. Und deswegen werden wir uns heute mit dem Boykott beschäftigen, weil es anscheinend so etwas wie einen Shitstorm gegen die Autorin dieser Bücher gibt. Vingarium Laviosa. Es heißt Liviosa und nicht Liviosa. Ja, da kommt ein Spiel heute raus. Da muss ich gleich kurz berichtigen. Man kann nicht Harry Potter spielen. Es spielt nur in dem Universum. Okay. Es spielt 100 Jahre davor. Okay. Unser Erbe liegt nun in ihrer Hand. Aber natürlich greift man da auf das geistige Eigentum von der J.K. Rowling zurück. Und ja, im Internet sagen jetzt ganz viele, man soll's boykottieren. Mhm. Und ein großer deutscher Streamer hat sich auch dazu geäußert. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Der hat auch keinen Shitstorm abgekriegt. Das schauen wir uns halt an. Schauen wir mal. Ja, da steht eh schon Boykott-Aufrufe gegen Harry Potter-Spiel wegen J.K. Rowlings Transfeindlichkeit. Mhm. Erstens, was ist denn eigentlich eine Transfeindlichkeit? Ich bin mir noch nicht sicher gegen, was sie genau feindlich ist. Sie hat da ein paar Aussagen auf Twitter rausgehauen, schon vor Jahren. Der aktuelle Grund ist ein Kommentar Rowlings zu einem Meinungsbeitrag einer Online-Plattform, in der von »Menschen, die menstruieren« die Rede ist. Spöttisch fragte Rowling, ob es nicht früher ein Wort für diese Leute gegeben habe und spielte mit mehreren Wortschöpfungen auf den Begriff »Women« an. Daraufhin bekam sie viel Kritik von Transgender-Aktivisten. Auch ein weiterer Tweet, in dem sie schrieb, dass sie Transgender-Menschen kenne und liebe und dass es kein Hass sei, die Wahrheit zu sagen, konnte die Diskussion nicht entschärfen. Lustig finde ich aber auch bei einem Artikel vom Standard, was darf man eigentlich noch? Darf ich das? Und das ist ein bisschen, warum wir das auch da jetzt in die Sendung reinnehmen, muss ich bei jedem Stück, bei jedem Film, bei jedem Buch, bei jedem Charakter durchforsten, was der für eine Meinung hat. Und dann darf ich entscheiden, ob ich das jetzt konsumieren darf oder nicht. Das ist nicht das, was ein bisschen so mitschwingt, finde ich. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man jetzt so tut, als wäre es unmöglich, ein fiktives Spiel basierend auf einem fiktiven Buch spielen zu können, weil die Autorin Sachen gesagt hat, die nicht cool sind. Auslöser war ein Beitrag, in dem Rowling die Wissenschaftlerin Maya Forstetter unterstützt. Die hatte ihren Job nach der Aussage verloren, dass Menschen ihr biologisches Geschlecht nicht ändern könnten. Rowling schrieb, bezeichne dich, wie auch immer du willst. Schlafe mit welchem Erwachsenen noch immer einvernehmlich, der dich will. Lebe dein bestes Leben in Frieden und Sicherheit. Aber Frauen aus ihren Jobs für die Aussage zu drängen, dass das Geschlecht real ist? Hashtag ich bin auf Mayas Seite. Die für ihre politisch-liberalen Ansichten bekannte Autorin wurde im Anschluss von vielen Twitter-Nutzern als TERF kritisiert, was eine Abkürzung für den englischen Begriff trans-exclusive radical feminist ist und übersetzt transgender ausschließende Feministin meint. Unter den Kritikern war unter anderem die Organisation Human Rights Campaign. Die erklärte, trans Frauen seien Frauen, trans Männer Männer. Eine Sprecherin von Rowling sagte, sie werde sich nicht weiter zu dem Thema äußern. Dieser ganze Post jetzt zum Beispiel der, wo sie sagt, man kann sie anzeigen, wie man will, man kann sie nennen, wie man will, man kann mit Menschen auf Konsensbasis miteinander schlafen und man sollte einfach das beste Leben in Frieden und Sicherheit leben. Das hört sich mal nicht falsch an. Das ist ja alles nicht schlecht, aber man darf halt nicht jemanden zur Kündigung zwingen, wenn man demjenigen gewisse Aussagen nicht billigt und denkt man so, ja, vielleicht ist das eher relativ diplomatische Art und Weise, mit dem ganzen Thema umzugehen. Anscheinend aber nicht. Wie viel Sinn hat es, jemandem zu verbieten, ein fiktives Spiel zu spielen, basierend auf einem fiktiven Buch, nur weil die Autorin sie im Internet mit einer Meinung präsentiert, die nicht 100 Prozent der Menschen gefällt. Man gut, das könnte alles ein Gag sein über das Spiel, wir berichten jetzt auch drüber, vielleicht wäre es sonst gar nicht so in aller Munde, nur was mir da schon wieder auffällt, ist, wenn man da Berichte oder Artikel sich anschaut über das Thema, geht es nicht darum, was sie sagt. Es wird gesagt, sie ist eine Transgender-Hasserin. Von vielen Twitter-Nutzern als TERF kritisiert, was eine Abkürzung für den englischen Begriff Trans-Exclusive Radical Feminist ist. Und deswegen muss man dieses Spiel boykottieren. Und da kommt mir wieder schon so vor, dass eben nicht über das Thema diskutiert wird. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Genau, sondern eben, was darf man, was darf man nicht, wenn man andere Meinungen hat und darüber diskutieren will oder kann oder sollte, dass man dann gleich wieder verurteilt wird. Weil jetzt die letzte Aussage da ist jetzt nicht so schlimm gewesen, meiner Meinung nach. Natürlich nicht. Die Sache ist ja nur, den großen Fehler, den, glaube ich, J.K. Rowling in gewisser Weise mit all ihren Tweets ein bisschen begangen hat, ist ja das, was ganz, ganz schlecht ist, wenn man sagt, man hat die Wahrheit gefunden. Das ist nie gut. Weil nur alles, was die J.K. Rowling sagt, ist im Endeffekt, dass sie daran glaubt oder daran festhält, dass es für sie zwar biologische Geschlechter namens männlich und weiblich gibt. Und diese andere Community, die sagt, diese Community ist nicht der Meinung, dass es so ist. Aber da sieht man wieder schön, dass es so einfach ist, Menschen zu verurteilen. Die Menschen, die jetzt aber J.K. Rowling verurteilen, setzen sie ja eigentlich ins gleiche Boot. Genau. Weißt du? Genau. Ich bin ja gelernter Österreicher. Und als gelernter Österreicher ist eine Sache ganz wichtig. Es müsert wirklich mehr Wurscht sein. Es ist mir Wurscht. Und das, was die J.K. Rowling, der ja auch macht... Ich glaube, du sprichst jetzt auf die Neutralität an, aber... Naja, aber das ist ja das Gleiche. Neutralität und es muss da mir Wurscht sein, das sind ja zwei Absätze vom selben Aufsatz. Und die Sache ist ja da, sie sagt es ja selber, macht es, was ihr wollt. Sie sagt es euch an, wie ihr wollt, nennt es euch, wie ihr wollt, macht es mit anderen Menschen auf einer konsensualen Basis, was ihr wollt und lebt euer Leben in Frieden und Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit auch ganz wichtig übrigens für Menschen, die sie als nicht klar weiblich oder männlich definieren, weil die ja anscheinend auch ein gewisses Sicherheitseinbußen haben. Okay. Das Einzige, was ich noch hinzugefügt habe, ist ja eigentlich nur das, dass man zuerst diese Wurschtigkeit in gewisser Weise mit einem Akzeptieren verbindet. Ich akzeptiere alles, was du machst, solange es mir nicht am Sack ist. Also, solange du nicht meine Freiheiten quasi einschränkst. Ich brauche keine Meinung dazu. Eine andere Meinung müsste dir egal sein, so machst du das, ja. Genau. Argumente nicht gegen J.K. Rowling, sondern für. Und da ist eine ganze Liste mit Punkten, was sie wohl gesagt hat und welchem Kontext und la la la. Und es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Ist das wichtig für mich? Und schickt mir doch bitte keine E-Mails deswegen. Naja, er liest scheinbar nicht gerne E-Mails. Ja, schau mal, es ist schlecht, wenn wer diskriminiert wird. Warum ich immer? Ob das jetzt Transgender sind, ob das Maßnahmenleugner sind oder Kritiker, muss man es so sagen, Maßnahmenkritiker sind. Menschen mit einer anderen Meinung und einem anderen Lebensbild. Menschen mit einer anderen Meinung. Und vor allem, wenn es dann runterbrochen wird auf so einen Blödsinn wie ein Computerspiel. Ja. Dann geht es zu weit. Es kann sein, dass sich manche Menschen auf den Schlips getreten fühlen. Aber bitte akzeptiert es aber auch, dass das eine Meinung ist. Nennst diese Meinung an. Und dann kann man wie ein Mensch darüber diskutieren. Und man muss aber auch verstehen, wenn manche Menschen sagen, es ist mir einfach wurscht. Es ist mir wurscht. Der Mensch ist mir wurscht. Ich kann mir nicht alle Sorgen machen. Und ich bin mir auch sicher, obwohl es sich schwer vorzustellen ist, dass wenn man im falschen Körper geboren ist, dass man Schwierigkeiten hat. Wenn jetzt ein Junge geboren werden soll, dann muss dieser TDF-Schalter, der die Männlichkeitsmachung macht, auch sagen, räume die etwaigen inneren Organe, die weiblichen weg, damit die männlichen Platz haben. Das ist Antje Müller. Das ist dramatisch im Falle von AIS. AIS heißt Androgen, Immunität oder Insensibilität. Das heißt, wir haben jetzt einen heranwachsenden Jungen, der immun ist für männliche Hormone. Also muss er ein Mädchen werden. Verstehen Sie das? Nur da ist es gar nie um die Diskussionen gegangen. Weder bei der J.K. Rowling, noch beim Kronkh ist es darum gegangen, um diese Menschen. Sondern es geht nur darum, was hältst du von der Meinung? Und du darfst diese Meinung nicht haben. Und er meint halt einfach, diese Meinung ist mir egal. Das meint er. Beziehungsweise er würde das Spiel einfach spülen, ohne irgendeine politische Diskussion loszutreten, was ich komplett verstehen kann. Das ist das Nächste. Warum wird das politisiert? Genau. Es ist ja so, du kannst ja, wenn du willst, kannst du jedes Spiel in irgendeiner Form oder alles in irgendeiner Form politisieren. Kann ich Call of Duty spielen, wenn ich eigentlich Pazifist bin? Ja, stell dir vor, ich es kriege und keiner geht hin. Eh lustig. Kann ich als Super Mario auf Schildkröten hüpfen? Ist das ein gutes Vorbild für Kinder, wenn ich auf Schildkröten hüpfe? Und genau das, genau da scheiden sich meines Erachtens die Erwachsenen von den Kindern. Es gibt Menschen, die können das gut verarbeiten oder brauchen da keine Erklärung, weil sie wissen, dass es ein Spiel ist. Und es gibt andere Menschen, die wollen einfach diskutieren. Die wollen gesehen werden. Und das verstehe ich ja. Diskutieren wäre ja schön. Aber dann wird ja nicht diskutiert, sondern man wird gleich verurteilt. Ja. Und ich will ja auch nicht darüber reden, dass man irgendwann einmal darüber nachdenken sollte, ob das jetzt Boycott oder Girlcott heißt. Es ist mir auch egal. Es ist mir wurscht. Lasst doch diese Streamer ein Spielspiel basierend auf einem Buch, einem fiktiven Buch von einer Autorin, die vielleicht eine Meinung hat, die euch nicht gefällt. Lasst es doch einfach. Na gut. Schön, dass du wieder dabei wartest. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir wieder über ein Thema reden, das gesprochen gehört. Verschiedene Meinungen zulässt. Verschiedene Meinungen zulässt. Migarium Liviosa. 1951. Untertitelung des ZDF für funk, 2017